Herzlich Willkommen zu einer neuen Folgeverordnung. Heute gibt es die Highlights vom dieswöchigen Solo Cash Cup. Es lief auf jeden Fall nicht ganz so gut wie im Duo Cash Cup, wozu ich ja gestern auch schon das Highlight-Video hochgeladen habe. Das Video kam ja auch extrem krass bei euch an. Wirklich vielen, vielen Dank dafür, generell euer Support in der letzten Zeit wieder extrem krass. Es fehlen mittlerweile auch nur noch 42 Abonnenten bis 10.000. Ich glaube, das könnten wir sogar tatsächlich in der kommenden Woche schaffen. Wäre auf jeden Fall wirklich extrem nice und würde mich wirklich extrem freuen. Wenn ihr mich darauf natürlich auf dem Weg dazu unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem, ihr werdet kommentiert und teilt euch gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Dort werde ich wahrscheinlich morgen oder spätestens Dienstag wieder streamen. Heute wird sehr wahrscheinlich kein Stream kommen. Auf jeden Fall, wenn ihr dort nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auch ein Follow da lassen und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Boah, der Laser. Anschleichen, Lasern und dann W-Kin. Das ist das Einzige, was das auch in Fortnite macht. Und wieder Shieldcrack. Und er staubt wie mir ab. Du sagst, nur ins Endgame kommt. Ich kämpfe jetzt einfach nur. Ich habe Bock mehr. Ich habe einen Punkt. Ich kann nicht in dem Cup einmal 64 Point oder so. Ja. Oder 85 letzte Woche. Ich kann nicht einfach mal Bots bekommen. Ich verstehe es nicht. Ich hätte einen so krass gelasert, aber... RIP. Dead? Nee. Ich gehe wieder zu meinem Alkenspott. Hier sind auch keine Chess. Ich bin so safe. Liegt da? Ein Pink. Gebt mir doch einfach eine Rasse. Der hat eine Tommy Gun. What? Hä, ist das ein Sound Bug? Ist das möglich? Oh, man. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Der hat 22 HP. Wie close war das? Oh, Digga. Was für ein Laser. Nice. Nicht erzählen, dass uns kein W-Kir ist. Er jump-hattet random einfach im Early-Fight einfach auf mich. Er jump-hattet einfach auf mich. Mit Useless er jump-hatt verbraucht und mich nur mit Minigang gespielt. Abschreifung gelść. Oh, ich binidy. Oh, ich binased auf mich dashboard. Oh, ich binüdien nur damit. Okay. Cool. と思います schon. dem kapp versaut ja du hast wieder näher und laserst mich auf der luft mann keine ahnung wo ich hin so so eine goldene pistole von dem normalen chest die seien nicht der größte müll ich weiß nicht warum ich hier hingehen ich weiß nicht warum ich hier hingehen habe fighten ich kann nicht aufschauen komm, push mich jetzt doch am besten hab eh keine meds komm, push mich bitte und kill mich einfach komm, hol mich 144 what 2 einfach nichts er wieder mit seiner dummen smg ich geb ihm in den 144 halt 3 18er smgs jetzt und er mit seiner smg puuuu er hat mir wieder einen fucking 9er headshot hintereinander gegeben kann doch nicht sein wieso hat er geschittet ich mach auch wieder jeden low was ist eine mission viermal cheat cracken crack sein shield einfach viermal er hat wieder unendlich viele minis ich will an ich will an 2 ein 1 5 ein def nicht mehr sie ich glaube mit einem anderen ich habe wieder die graueste halbe was gibt es heute so zu essen ja ich bin doch die chest wieder nicht bin sogar schon zu unfähig chest zu finden hey und ihr feitet die da ohne mich dachte ihr lässt mich so ein bisschen abstand ja mann wot ach tappi Moin Moin Wie viele Punkte habt ihr? Ähm Warte kurz 52 Ich war so, ich spiele gerade schon wieder auf dem zweiten Count Ich fahre so lange auf diesem Count Oh yes, Alter Scheiß drauf Und wie waren die Nullen so? Gut Nein Verfolgt ihr, der ist sehr große Tür und ich kann nicht Er ist wie so eine kurze Strecke gejumptet, der ist safe low Ja, wow Boah, ich lebe noch wichtiger Ja Hier sind 30 Gegner gerade 30 Gegner Von 26 natürlich Nee, gefühlt ist ja aber Realtalk Die ganze Lobby Lieber eine MP und ein Flopper Ja, also Ich hab schon vier Okay, ich hab einen Sektgefund Also, erledigt Hallo? Ja Ja Ja, also Nein, ich hab einen Sektgefund Ich hab doch